Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Rocket Leech zusammen mit Tiag und Gary. Wir spielen wieder 3 gegen 3. Standard Ranked. Und unser Gegner begrüßt uns direkt mit dem Haus der Freude. Jetzt hau ihn weg für mich. Dankeschön, du bist angestellt. Oh, das sah auch sehr schön. Ich möchte dich als mein Kommentar. Was? Mein Mann heißt Terry? Nein, mein Mann ist nicht Terry, ich möchte dich als mein Kommentar. Was. Ja, wir sind da drin. Es ist 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 da drin. What the fuck? Hat der Typ überhaupt keine Probleme? Boom. Oh, ich fahr. Oh, die sind alle drei gesprungen. Sehr schön. Nein. Nein. Weiter. Ne, weiter. Sowohl der Ball aus, als auch der Fluss zuweide. Nur, weil du nachher wieder so befasst. Der ist daneben. Der auch? Jo. Oh, fuck. Ne, da ist keiner. Oh. Ich hör' ich in der Doppel wieder hier. Bois. Wieder Doppel. Oh, der letzte ist da vorne. Yes. Ey, ich hätt' ihn so schön gehabt. Ich dachte auch, dass ich dann irgendwo schossen hab. Oh, verdammt. Nein. Nein. Ach, komm. Und das ist es. Ja. Ja, ne, wir lachen. Es ist kommentierbar. 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 War du? Jo. Ich lese es gerade. Einer ist der Doppel. Ja. Ja. Not today. Haha, der kann es go out. Natürlich müssen die mich jetzt wegschlagen. Oh, der kommt schön, der kommt schön. Nein, warum spielst du immer wieder weg? Nein! Och, kom. Ohne schnell! Sag nächstes Mal, dass du kommst. Wieder einen Gegner entfernt. Oh, ne. Oh, fuck yes! Oh, fuck yes! Let's go! Let's go! He's caught up. He's gonna be him. We like him. He was transferred to the same from center. Goal! Fucking average! Das ist wirklich schön, der Schuss. Hehehehe. Ich bin hier ein neuer Verbündeter, haben sie gesagt. Mhm. Hey, wenn was ist, dann hütt das Klassiker! Baaah! Hehehe. Safa und Scherz, er hat 12 Appearances für das Feld. Kappt es twice. To the east. Don't get hungry! Enjoy the love of your rounds! Jenny gerade zu gehen? Boah! Die haben auch mal einen Schuss wieder geblockt. Oh, okay. Und der eine von denen hat dich schon rettet. Die tun die ganze Zeit nichts eigentlich, dass unsere Schüsse blocken. Oh mein Gott! Oh, oh! Äh, krieg ich nicht. Ach, komm! Jetzt bitte nicht. Ne. Jetzt oben wieder einer weg. Die hassen mich, glaub ich. Hehehe. Naja, ich hab ihnen auch ein Tor geschossen, also darf ich das. Ich glaube, es gibt eine Nachspielzeit mit guten Kommentatoren. Boah ey! Und ich hab noch mal einen zerstört in letzter Sekunde. Oh Gott. Äh. Ah ja. Boah. Ja. Oh. Ja. Boah! Ich hab ihn aus. Jetzt hat der auch schon den Retter, Alter, die tun doch echt nichts, als im Tor stehen, oder? Ich war zwar sehr, dass es schwer zu kalkulieren, was du jetzt da genau mit dem Ball machst, aber das habe ich noch nicht erwartet. Ja. Geri. Kommt. Oh, 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 oh. Okay, weg. Ich fahr da aus. Ich hab kein Lied, wo wir hier kein Lied holen. Oh, nee. Boah, das ist schon wieder krass anstrengend, ey. Ja. Oh, nicht. Ah. Nee, doch nicht. Das sah aus, als würde der gerade nach hinten legen. Jetzt aber. Ich hab's gespeckt, weil ich gesehen, wo der Ball ist, Gary. Ich geh gleich zurück. Ja, war mal zu gefährlich, da jetzt rauszufahren. Aber jetzt raus damit. Oh, hat ihn jemand? Nee. Oh, mein Gott, wie er nicht bekommen hat. Scheiße. Oh, ich bräuchte jetzt da wegen Lied, woher. Ja, wohl, ja. Ich steh. Dann. Gut. Achtung. Nein. Oh, scheiße. Ich geh nicht zurück. Die würde ich jetzt gerne noch mal spielen. Ja. Wenn wir Glück haben, klappt's, wenn die auch direkt Zugriff ist, die Wahrscheinlichkeit ist sogar hoch, dass wir die wieder erwischen. Ich glaube, Sondergams spielen so viele Leute. Ich weiß nicht, wie viele stehen in der Playlist. Wir haben 5000 in der Playlist. Also wir spielen nicht wieder gegen D.B.A., wir spielen jetzt gegen 2 und 1 Einzelnen. Auf jeden Fall ist das erste Spiel verloren, aber richtig coole Leute. War auch ein spannendes Spiel bis zum Schluss. Kann man sich nicht beschweren. Oh shit, da habe ich wieder vergessen, dass ich in der Luft keinen Doppelsprung gehabt. Mal haste ich, mal nicht. Das ist ein bisschen komisch. Ich check's auch über dich. Das hatte ich eben gerade beim Zor auch, meinen Doppelsprung. Komm. 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 Oh, danke. Sehr nett. Der ist engagiert. Ja, der ist echt engagiert. Und ich verkack's. Ich tausche mir nicht mehr auf. Ja, bin ich auch. So und. Ups. Okay, dann ist doch ich. Oh man, natürlich trifft er meine Parade weg. Geri. Und raus wieder. Aber der kommt wieder. Weit raus genug. Verdammt. Wieder schön Waffe. So ist der Ball. Ach, geht der wieder. Oh, 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 oh. Unübersichtlich. Hab ihn. Hab ihn. Hab ihn wieder. Ich dachte, ich hab den Gegner weggewandt. Kommt. Oh. Nein. Ach, come on. Ich muss auch mal irgendwann was treffen. Achtung, der kommt. Ungefährlich. Der geht daneben. Und ich spiele direkt mit dein Anfluss. Sehr gut. Und ich spiele. Ah, der spielt. Aber ich hab den Spieler weggehauen. Sehr interessante Verlängerungstechnik. Aber da muss ich damit nicht wegnehmen. Ja. Aber, cool, alle daneben. weiter schmerz springt er so weiter ich bin ich hab die gegner weggeräumt verschießen ich bin die fliege aus aber er hätte nicht gehabt Ach komm, aber gegen dich gewinnen wir doch, oder? Ja, ich hoff's. Also die erste Runde haben wir verloren. Das sind die eigentlich nicht. Das heißt, wir müssen gewinnen, ich fahr. Gut. Oh, die kommen beide. Wow. Verdammt. Oh, sehr schön. Ach. Daneben. Aber ich habe den Ball irgendwie ganz komisch am Tor vorbeigeschoben. Frag mich nicht, wie ist der Punkt zu gehen? Deo. Oh, yes. Ja. Ja. Das höre sich schon mal aus, vielleicht. Ja, ich bin auch interessant, wie du das gemacht hast. Ach so? Ah ja, okay. Ja, jetzt verstehe ich natürlich, wie das funktioniert. Mache ich das nächste Mal auf. Ich fahr. Äh, gut. Ah, der war nicht dringend. Ich habe mich nicht noch. Nichts. Ich habe ihn geflockt. Ja, schön. Ah, jetzt haut er natürlich auf die Seite mit dem Runde. Dann ist er weg. Und? Na, komm. Wenn das jetzt keine Glanzvorlage war. Oh nein. Sorry, Mann. Scheiße. Dann hast du mich genau in die Nitro gehauen. Also, ich bin doch gar nicht persönlich. Genau, zack, drüber, Verleger. Jetzt halt wegnehmen und... Ach, warte. Ah, nein. Die Richter versuchen. Ich bin zu weit nach hinten geflogen. Ja, das war doch kein Molitor. Boah. Ah, das ist sogar verrückt. Ja, aber ich bin zu weit nach hinten geflogen. Ja, dann sollten wir dann doch wieder ein Tor schießen, ne? Highlight. Wir haben jetzt, das ist die zweite Runde, wenn wir die jetzt auch verlieren, dann haben wir direkt eine Klottel in dieser Lage. Seit langem mal wieder ein Volleyball bekommen. Und? Ja, ich wollte ihn eigentlich auch machen. Geh daneben. Da war der. Den musste ich gerade spielen, da war noch einer hinter. Oh, jetzt im Konter. Ja, also jetzt haben wir auch ein wenig Pech. Und so nach vorne damit. Oh. Halt. Ah. Nicht so schön. Na ja, Leute, ich würde sagen, dann haben wir jetzt unsere letzte Runde für heute mal mit einem 2-0 verloren. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal in einer weiteren Aufnahme. Und bis dahin, Servus und Ciao. Ciao. Ciao.